Ja, hallo Leute, ich möchte euch mal ein Passiv-Energiehaus vorstellen. Passiv heißt, das wird einfach so warm, ohne dass man irgendwas machen muss. Also man muss da, man braucht kein Öl dafür, man braucht auch kein Gas zum Heizen, sondern das wird warm, weil es sehr große Fensterflächen hat, die nach Süden zeigen, wo die Sonne reingeht. Und für das warme Wasser sind oben Solarzellen dran. Und wenn es doch mal ein bisschen kühler wird, dann wird mit Holzpellets nachgeheizt und zwar für nur 200 Euro im Jahr. Das heißt, so ein Passiv-Energiehaus befreit einen völlig von der Sorge, sauteures Öl dauernd nachkaufen zu müssen. Und es ist innen noch sehr schön mit Holz und man fühlt sich sehr angenehm wohl darin. Ich zeige es euch gleich nochmal von innen. So, hier sehen wir jetzt das Passiv-Energiehaus von innen. Ihr seht diese großen Fensterflächen. Die geben einem das Gefühl, als würde man direkt im Garten sitzen. Doch sind die sehr gut isoliert, sodass sie die Wärme einfangen und nicht mehr nach draußen lassen. So, alles sehr schön hier mit Holz gemacht, sodass man ein angenehmes, warmes Gefühl hat. Und das hier ist der Ofen für die Holzpellets. Also eine sehr schöne Art zu wohnen ohne Öl und ohne Briketts. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.